Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar wollen wir uns heute mal mit den aktuellen handtraps beschäftigen ein thema mit dem wir uns eigentlich schon relativ lange nicht mehr beschäftigt haben eigentlich haben wir das immer so gemischt mit staples aber heute soll es tatsächlich mal nur um die handtraps gehen und gerade auch im hinblick auf die remote dual ycs ist das für mich auch aktuell ein sehr spannendes thema da ich wirklich gerade sehr sehr viele teste und mich wirklich sehr viel auf dieses event vorbereitet und ich glaube vielen von euch da draußen geht es ähnlich und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen gegen welches matchup ist denn welche handtraps besonders effektiv und wo vielleicht nicht so und vor allem auch welche handtraps aktuelle spiele gewinnen können und mit diesen themen wie gesagt wollen wir uns gleich beschäftigen und dazu werde ich eine tier liste machen wo wir das schön einranken in mehreren verschiedenen kategorien erkläre ich euch aber gleich noch mal wenn wir dann in die andere perspektive rüber geswitcht sind ist auf jeden fall für mich ein aktuell sehr 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 spannendes thema weil also ich habe schon so viele handtraps jetzt getestet im vorfeld auf oder für dieses event und auch ganz viele handtraps die jetzt mittlerweile schon wieder aus den main deck raus geflogen sind ich denke das ist immer trotzdem ein ganz ganz schwieriges thema weil persönliches ermessen da eine sehr sehr große rolle spielt und natürlich irgendwo auf persönliches verständnis weil viele leute schätzen natürlich eine handtraps ganz anders ein als wenn ich mich jetzt ja mit leuten um die ecke so unterhalte die würden die meinung vielleicht schon wieder gar nicht mehr so teilen deswegen schreibt mir doch gerne mal eure meinung zu den aktuellen handtraps so wie ich das gleich auch bewerte mal unten in die kommentare schreibt mir auch gerne ausführlich eine meinung wie ihr das seht und gerne auch ein ranking wo ihr die handtraps gegen welches match-up gut findet würde mich auf jeden fall sehr sehr interessieren ansonsten lasst dem video wie immer einen dicken daumen nach oben da würde mich sehr sehr freuen also schön den like button hämmern und gerne auch noch ein abo wenn ihr wollt würde mich auf jeden fall auch sehr sehr freuen und jetzt würde ich sagen starten wir mit der tierlist so da wären wir dann auch schon direkt in der tierliste drin und ich glaube zu den kategorien selber brauche ich euch nicht ganz so viel erklären ich glaube die sind relativ selbst erklärend ich werde auf jeden fall zu jeder handtraps am anfang bevor ich sie erwähnen noch mal ein kartenbild einblenden inklusive kartentext dass die leute die diese handtraps aktuell vielleicht nicht kennen sich den effekt text dieser karte noch mal durchlesen können könnt ihr einfach das video pausieren und euch das aber noch mal kurz durchlesen damit ihr auch zumindest auch im bilde seid um was es geht und dann würde ich sagen starten wir auch direkt mit dieser handtraps tierliste und dann starten wir auch mit dem cycle reader und den würde ich direkt mal auf gewinnspiele setzen weil das ist natürlich eine handtraps die tatsächlich aktuell in jedem site irgendwo gespielt wird weil wir halt als triton das sehe ich persönlich so das deck to beat haben und diese karte gewinnt auf jeden fall spiele gegen dieses deck thema das problem ist hierbei wenn man die karte einfach nur blind auf zwei tages im friedhof da wirft dann macht die halt nix man braucht halt schon den richtigen zeitpunkt den man da abwägen muss das ist unter anderem eigentlich meistens der zeitpunkt wo benton gediscardet wird für kosten weil danach triggerte die bänden erst in der neuen kette und wenn ihr darauf in den cycle reader an scheint dann nehmt ihr die bänden gleich aus dem friedhof raus und dann kann die gute halt eben nicht mehr triggern und das ist dann so ein punkt der gegen dieses matchup auf jeden fall spiele gewinnen kann was nicht heißt dass es komplett auto in ist aber es ist auf jeden fall eine richtig richtig gute interruption richtung dieses decks und gegen alle anderen matchups müssen wir natürlich so ehrlich sein macht die karte halt schon nichts deswegen würde ich halt trotzdem sagen gewinnt auf jeden fall spiele weil es halt wirklich gegen das deck to beat eine richtig richtig gute handjob ist ähnlich ist das auch mit dem guten dimension shifter den würde ich auch nach ganz oben packen gewinnt auf jeden fall auch spiele das problem ist aber ja hier bei dieser handjob es gibt fast kein deck was diese karte aktuell selber spielen kann weil halt jedes deck thema irgendwo selber auf seinen friedhof angewiesen ist und man möchte natürlich dann nicht solche karten spielen die einen selber ausbremsen ich meine es gibt aktuell decklisten die ich gesehen habe die haben uns auch zusammen angeschaut wie zum beispiel unchained die auf diese karte zurückgreifen die ist auf jeden fall sehr sehr gut wenn man sie spielen kann dann gewinnt die definitiv aktuell auch spiele weil wir haben schon krasses ritus meter das muss man auf jeden fall schon mal so sagen aber ich weiß schon zu welchem zeitpunkt in unseren yugioh formate diese karte exkludieren wird und zwar wird das dann soweit sein wenn dieses flanderies thema zu uns kommt weil die wollen sich nämlich verbannen aber zum glück dauert das noch eine ganze weile bis das ganze thema zu uns kommt aber nur mal so am rande erwähnt aber ich sehe den dimension shifter auf jeden fall auch als karte die spiele gewinnen kann schreibt mir gerne eure meinung mal zum shifter in die kommentare dann machen wir weiter mit der guten impermanence und würde ich auch wähler direkt mit dazu nehmen die sich beide aktuell als wirklich sehr sehr gute handtraps sind theoretisch auch karten die spiele gewinnen können allerdings haben sie halt keine funktionen die dem deck irgendwie komplett ressourcen nehmen wie beim cycle reader oder wirklich in den kompletten bereich auf einem spielfeld lahmlegen wie zum beispiel der dimension shifter aber ich finde impermanence und wähler sind momentan vor allem gut gegen tribe brigade weil das sind ist ja ein deck was auf jeden fall auf seine normals haben angewiesen ist und vor allem auf den effekt seiner normals haben weil das möchte natürlich dann die monster im friedhof für kosten banischen und wenn man auf diesen effekt dann ebenen wähler oder eine impermanence wirft dann ist es auf jeden fall für dieses deck oftmals schon schwierig überhaupt noch weiter zu spielen ich meine die können halt dann noch extenden über kehrers allerdings kriegt er dann halt nicht mehr das vollbord hingelegt und ihr könnt damit halt wenn ihr glück habt sogar ja den access auf revolt verhindern wobei sie das wahrscheinlich noch hinbekommen werden aber ihr habt dann zumindest keine appalooza und den ancient warrior gegen euch sondern ihr spielt wahrscheinlich dann gegen rugel und auf jeden fall nur noch die revolt das ist auf jeden fall schon ein unterschied zu dem was das deck sonst hinlegt deswegen sehe ich auf jeden fall impermanence und wähler da auf jeden fall sehr sehr gute karte allerdings nicht nur in diesem matchup die sind natürlich sehr flexibel auch wenn man mal salamangrad anschaut durch den stallio ist dann noch mal ein neues tage dazu gekommen was man da jetzt sehr sehr gut handtrappen kann kann man natürlich auch mit anderen handtraps sehr sehr gut belegen aber auch irgendwie in jedem matchups gibt es irgendetwas wo man das dagegen machen kann selbst gegen dreitron auf den diviner ist das wirklich stark aber auch auf den mobeta fafnir auf dem spielfeld ist das wirklich wirklich gut wenn ihr den mit einer dieser beiden karten negiert denn der kann danach nämlich auch nicht mehr den effekt benutzen dass er sein angehängtes eximaterial als ritual beschwörungs material nutzen kann das geht dann nämlich auch nicht mehr und das kann gegen dieses deck thema auf jeden fall auch schon mal sehr sehr wichtig sein wo die dann vielleicht auch mit fafnir und ein bisschen action noch passen also auf jeden fall auch eine richtig richtig gute karte und natürlich auch gegen striker darf man auch nicht vergessen ich denke engage ist auch klar aber ich möchte jetzt auch nicht gegen jedes deck thema hier genau darauf eingehen ansonsten sitzen hier wirklich wieder ewig ich gehe mal weiter zur die die crow und das ist schon wieder schwierig an diesem punkt muss ich sagen die die crow ist wirklich keine schlechte handjob in diesem format die frage die ich mir nur stelle ist sie wirklich gut genug um sie auf sehr gut zu setzen oder er auf gut ich glaube es ist er eine gute handjob also wenn man sie selber in drei brigad spielt dann ist die die crow halt schon unfassbar gut weil ihr habt dadurch ein bring bist was ihr automatisch in den friedhof bekommt was für euch in diesem deck eine weitere ressource ist das heißt solltet ihr dieses deck spielen dann kommt ihr eigentlich an der die die crow aktuell überhaupt nicht vorbei gegen andere matchups oder ja muss man natürlich überlegen ob man die karte dann oder an anderen decks überhaupt spielen möchte das ist natürlich dann wieder so ein stück weit ermessen ich denke die die crow ist aktuell in diesem format wirklich wieder so gut wie schon lange nicht mehr weil wir halt wirklich viele decks haben die auf einzelne karten im friedhof angewiesen sind sei es bei salemangrad irgendwie karten wie spinny oder die gazelle oder bei sky striker die engage oder auch es gibt wahrscheinlich noch zig weitere ich meine bänden in drei tron zum beispiel ist auch eine karte die man den damit rausnehmen kann also ich denke es ist schon sehr flexibel aber ob sie dann wirklich sehr gut ist weiß ich nicht sehe ich schwierig schreibt mir gerne auch mal eure meinung zu die die crow ich meine ich habe jetzt auch schon ein bisschen ausführlich getestet aber ich würde sie jetzt tatsächlich eher erstmal auf gut setzen dann gehen wir weiter zu dron und lockbert und den sehe ich tatsächlich schon eher als sehr gute karte an ist ein punkt über den man sich definitiv streiten kann weil ja man ist da man kann da zwei meinungen sein so ein bisschen es gibt halt theoretisch auch nur ein deck wieder in form von triton wo diese karte am meisten mettert das problem ist auch hier dass das nicht komplett end phase bedeutet denn auch dieses deck kann unter einen dron und lockbert noch ein relativ gutes bord legen wenn die hand denn entsprechend mitspielt ich meine wenn das deck thema jetzt eine richtig schlechte hand hat und sie den viel spiel aktivieren müssen für search oder so dann kann so ein troll natürlich auch mal end phase bedeuten aber alle anderen match ups sind halt auch ein stück weit okay nur betroffen ich meine gegen salman great dieses deck sucht dann haben wir ja auch sky striker die suchen auch dry brigade sucht man kann den da zum beispiel damit verhindern dass sie noch die trap bekommen also es gibt da schon einige match ups wo der troll trotzdem eine gute handjob ist und ich würde sagen als es auf jeden fall eine sehr gute handjob aus meiner sicht aber ich weiß dass es da viele stimmen gibt die das aktuell anders sehen ich meine selbst gegen die dinosaurias troll eine richtig gute karte und auch gegen ganz ganz viele road match ups ist die karte gut und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen wir haben auch immer noch invoke dogmatiker short doll oder so in unserem format und da ist diese karte auch richtig richtig gut dagegen und da kann man übrigens so die die crow eben auch noch mal sagen gegen dieses deck ist die crow natürlich auch sehr sehr gut wenn man den so den alistar raus fischt ist mir gerade am rande noch so eingefallen dass wir das für die vollständigkeit hier einmal auch noch mit drin haben deswegen drohnen lock wird denke ich eine gute karte nehmen wir dann als nächstes auch den guten nibiru und den würde ich auch als gute handjob sehen der ist halt schon nicht sehr gut theoretisch könnte man den auch ganz nach oben packen in gewinnspiele aber wir haben momentan nicht ganz so viele decks und nibiru spiele gewinnen würde ich gegen salman great macht der am meisten schaden da hat sich nichts geändert ich glaube das wisst ihr alle salman great ist sehr sehr nibiru anfällig kann auch ganz schwierig drum herum spielen bzw sie haben eigentlich nur die möglichkeit drum herum zu spielen indem sie dann einfach mit wille nachdem sie halt nibiru wurden noch ein bisschen weiter spielen können aber andere alles andere ist halt nicht möglich oder sie spielen überhaupt erst gar nicht in die büro rein dann bekommen sie allerdings auch nicht das größte oder krasseste bord hin das muss klar sein ansonsten gegen triton kann ja gut sein in kombination mit anderen handtraps und das gleiche gilt eben auch für tripe gate ich meine die bekommen dann wahrscheinlich trotzdem noch ihre trap das heißt ihr könnt mit nibiru aktuell nicht komplett ja züge beenden das ist halt eine schwierige sache aber er wird wahrscheinlich trotzdem in ganz ganz vielen side decks zu finden sein deswegen auf jeden fall eine karte auf die man sich vorbereiten sollte dann haben wir natürlich als nächstes hier die gute lancia und die würde ich auch als gute handtrap bezeichnen weil na schwierig also ist wirklich ganz ganz schwierig mit lancia meine in form von tripe gate haben wir hier ein deck wo diese karte natürlich auf jeden fall züge beendet das ist völlig klar und da ist diese karte auch sehr sehr gut dagegen allerdings ist dieses deck halt nicht mehr hat das beste deck unseres formats was natürlich dann gleichzeitig auch wieder bedeutet dass die lancia relevanz ein bisschen abnimmt dazu kommt noch die nur hat auch noch ein hit bekommen in form von misc was natürlich auch die nur nicht mehr ganz so populär erscheinen lässt aktuell weil viele leute greifen nicht mehr auf das deck zurück weil es natürlich schon irgendwo an konstanz verloren hat deswegen weiß ich nicht wie gut die lancia noch ist ich meine wir haben invoked dogmatica shodol da ist das auf jeden fall auch eine richtig richtig gute karte allerdings legt die halt auch wirklich nur ja die invoked engine lahm das heißt wenn die dann noch mit dogmatica action und shodol action spielen wollen können die das halt immer noch machen das heißt auch hier eine karte die wirklich nur ein matchup komplett lahm legt in meinen augen vielleicht könnte man noch sagen richtung virtual world die ja gerade auch so ein bisschen am aufstreben sind ist es eine gute karte in denen die dann den king long für den search halt nicht mehr benutzen können aber ansonsten würde ich sagen ist lancia aktuell keine wirklich krasse handtrap mehr sie ist wirklich gut aber macht für mich aktuell ein bisschen zu wenig dann kommen wir zu ash blossom die hauen wir jetzt einfach mal nach sehr gut wobei man schon fast sagen könnte auch hier vielleicht ist die es sogar nur eine gute handtrap weil sie ist halt in dem was sie macht muss man sagen natürlich immer noch die flexibelste handtrap die wir im spiel haben aber gleichzeitig irgendwo auch eine karte die eigentlich viel zu wenig macht um die topdecks aufzuhalten weil ja in welchem szenario reicht heute schon mal eine ash aus um komplette spielzüge beenden das passiert schon wirklich sehr sehr selten ich denke viele decks die da aktuell oben mitspielen können ohne probleme nachdem sie eine ash bekommen haben eben noch weiterspielen was die es für mich immer so ein bisschen irgendwie als die schlechteste aber gleichzeitig auch als die beste handtrap ja so da stehen lässt ich weiß nicht wie ihr das seht schreibt mir mal eure erfahrung aktuell mit der ash also vom impact her macht sie halt tatsächlich aktuell nicht ganz so viel weil sie halt nicht komplette züge beenden kann deswegen soweit erst mal zu ash dann kommen wir zum guten kontakt c das packe ich direkt mal nur auf okay immer auf jeden fall hier auch schon am reimen diese karte die war halt vor ein zwei monaten besonders gut da wurde sie ganz viel gegen pränkets gespielt hat sich allerdings dann nicht so durchgesetzt weil gerade gegen triton hat man dann so überlegt ja könnte man machen aber das problem ist die karte stufe 6 und ja das deck baut beatrice das heißt den gibt man direkt eine ressource für eine beatrice for free so aufs feld und das ist dann halt wiederum nicht so cool deswegen ja hat die karte sich nicht ganz so durchgesetzt sieht man hin und da mal wieder noch in irgendwelchen zeit decks ist wie gesagt gegen pränkets richtig richtig gut aber gegen alle anderen matchups finde ich jetzt nicht so nice deswegen für mich eher okay dann kommen wir zum geister ogre und schneehase würde ich schon fast gerne auch schlecht tun tue ich mich aber schwer mit machen wir aber trotzdem auch schlecht weil ich wüsste nicht gegen welches matchup die karte momentan wirklich krass ist vielleicht gegen skystruck auf die eine random multi rolle aber ansonsten ja macht ogre schon halt nichts also ich wüsste jetzt kein matchup wo sie wo sie okay ist vielleicht wenn die gegen drei tron den mobeta fafni effekt machen dass das monster dann im friedhof ist das ist vielleicht noch mal ganz nett aber nur dafür in ogre zu spielen weiß ich nicht ob es mir das jetzt wert wäre deswegen würde ich jetzt ogre erstmal schlecht setzen falls ich da irgendwas vergessen habe und jemand von euch ogre grad aktiv spielt schreibt es mir gerne mal in die kommentare würde mich sehr interessieren dann kommen wir zu evenly matched ist tatsächlich auch relativ schwierig würde ich aber auch auf gut setzen alles andere wäre glaube ich nicht gerechtfertigt weil bei ihm die kommt es halt immer so ein bisschen darauf an klar gegen welche art deck spielt ihr gerade wenn wir gegen den control deck spielen was auch mit back row arbeitet dann ist irgendwie match natürlich eine richtig richtig gute karte gerade wenn wir so eltlich betrachten oder so dann ist irgendwie damit eine der besten karten aber auch gegen decks wie salaman grade oder sky striker ist das denke ich eine gute karte aber ich glaube nicht dass sie gerade so populär ist muss man natürlich abwarten ich selber habe sie auch schon ein bisschen getestet bin gerade nicht der größte freund davon ich meine wenn wir formate haben wo irgendwie mehrere back row decks ständig am toppen sind und im top meter bereich vertreten sind dann ist eben die halt deutlich besser noch mal aber aktuell ja macht sich halt schon leider auch nicht so viel weiter zu dem guten phantasmai und den würde ich auch als sehr gute handtrap bezeichnen das ist aber auch mal schwierig gibt ganz ganz viele leute die sagen hey phantasmai ist richtig richtig gut der lässt mich in weitere handtraps einziehen und dann gibt es wieder leute die sagen ja phantasmai blockiert aber den mag ich überhaupt nicht weil wenn ich da nicht die zwei passenden karten nachziehe oder irgendwelche karten die gegen aufhalten habe ich trotzdem verloren sind alles so argumente die ich absolut verstehen kann und ich bin bei phantasmai auch immer so ein bisschen zwiegespalten aber man muss natürlich sagen diese karte kommt aktuell gegen fast keinen match up tot und deswegen würde ich sie auch auf sehr gut setzen weil ja die ganzen top decks die greifen auf jeden fall auf in irgendeiner form auf eine linken mechanik zurück selbst dry john wird in seinem verlauf des spiels zumindest eine ip mascarina beschwören manchmal sogar auch eine apelooza und auch da wird ein phantasmai dann halt nicht komplett tot sein ansonsten gegen prank ist gut gegen trial brigade sowieso die spielen über die ganzen link faxen durch aber auch ganz viele andere decks werden auf link mechanik zurückgreifen und da ist der phantasmai hat immer direkte live deswegen auf jeden fall auch eine sehr gute handtrap dann kommen wir zur guten ghost bell pack ich auch auf sehr gut rein obwohl ich nicht der größte fan dieser karte bin wahrscheinlich wäre das für mich eine karte die ich eher auf gut setzen würde weil ich finde halt dass eine ghost bell die ist zwar in jedem matchup irgendwie live kann man ja auf ganz ganz viele karten machen man kann sie auf schießen machen man kann sie auf nadia servant machen man kann sie sogar auf eine invocation machen da gibt es ganz ganz viele möglichkeiten wobei ich das aber dann wieder schlecht finde ist wenn ihr gegen trial brigade spielt weil diese ganzen effekte der trial brigade die banischen halt für kosten und da könnt ihr dann halt die bell wiederum nicht werfen was wieder gutes ist dann dass man die karte auf eine revolt werfen kann das problem ist nur wenn die revolt liegt liegt meistens auch noch ein apple loser und die dann einfach die bell negieren kann deswegen sehe ich das gegen dieses matchup natürlich schwierig und eine bell als einzelne handtrap finde ich tatsächlich auch nicht gut genug die bell in kombination mit einer anderen handtrap wiederum ist dann halt wirklich mega gut deswegen finde ich es ganz ganz schwierig aktuell so die bell einzuschätzen ist eine karte die auf jeden fall potenzial hat in ganz vielen main decks gespielt zu werden aber ob es dann jetzt die richtige wahl ist ja mag ich zu bezweifeln ist ganz ganz schwierig schreibt mir eure meinung zu bell gerne mal in die kommentare aber beim testen hat sie mich jetzt nicht vollkommen überzeugt aber ich weiß dass sie aktuell in sehr sehr vielen decklisten gespielt wird und deswegen packe ich sie einfach hier mal auf sehr gut dann kommen wir zum herald of the orange light den würde ich jetzt einfach mal nur als okay bezeichnen weil halt nicht wirklich in jedem deck spielbar ist in triton selber ist es eine sehr sehr gute handtrap ich glaube da brauchen wir nicht diskutieren und das können wir an dieser stelle dann auch abkürzen ist halt nur in diesem deck spielbar deswegen würde ich ihnen eben als okay bezeichnen aber in diesem deck oder das was es da macht ist natürlich enorm gut das ist völlig klar dann chaos hunter würde ich tatsächlich auch aktuell als okay handtrap bezeichnen ich finde dass man eine karte abwerfen muss ist schon allein für diese karte nicht so gut dass der gegner dann keine karten mehr verbanden kann ist sicherlich ganz nett ist auch ganz gut in diesem format aber der weg dahin dass dann auch ein monster spezial beschworen werden muss und so weiter ist schon ein bisschen zu flex oder ist mir zu unflexibel deswegen würde ich die karte eher als okay setzen dann dasselbe argument gilt für mich auch bei der ghost mörner die wäre gut wenn sie diese restriction nicht hätte dass die monster als spezialbeschwörung beschworen werden müssen und so weiter dann wäre die halt genauso gut wie in permanence und wähler aber da sie das halt ein bisschen anders macht sehe ich sie aktuell als nicht ganz so gut deswegen gehen wir direkt weiter zum guten gamma den würde ich dann auch sehr gut packen ist auf jeden fall wieder mal ein gutes gamma format kommt natürlich auch immer darauf an welches deck man selber so spielt und ich meine wenn wir wirklich die angenommene handtrap schlacht erwarten die man aktuell tatsächlich in den ganz ganz vielen decklisten so sieht ich meine es gibt kaum decklisten die unter zwölf handtraps aktuell irgendwie spielen dann ist natürlich kann man eine gute karte und vor allem wenn man irgendwie deck spielt mit tripe gate die richtung rescue cat oder sowas spielen wollen dann kommt man da auf jeden fall auch nicht vorbei aber auch in ganz vielen anderen decks kann man natürlich den gamma spielen und gamma selbst auch go second darf man nicht vergessen ist auch eine wirklich gute karte also man darf das nicht nur so sehen dass man damit im eigenen zug sachen verhindern möchte sondern natürlich kann man damit auch den gegner komplett ja das spielen nicht ermöglichen ich denke das ist klar über gamma brauche ich da glaube ich auch nicht mehr ganz so viel sprechen dann kommen wir auf jeden fall noch zu red reboot den packe auf jeden fall auch direkt mal auf gut ist eigentlich dieselbe argumentation wie auch mit even the match das problem ist hier erstmal die karte auf eins und das ist natürlich macht die karte alleine schon mal ein bisschen schlechter weil man sie nicht so hoff so häufig sehen wird einfach wenn man sie sieht und mal gegen ein strap deck spielt ja dann ist meistens die die zumindest falls ihr das oder kann könnt weil wenn ihr es nicht oder kann könnt dann würde ich mir das gut überlegen ob ich dann den red reboot aktiviere weil ansonsten ja gebt ihr den einfach eine weitere ressource was allerdings auch möglich ist ihr gebt den gegnern red reboot wenn der background spielt macht danach ein zeus und ball hat er alles weg dann ist es halt auch völlig egal das sind denke ich so die zwei möglichkeiten die man mit red reboot aktuell hat die man so spielen kann deswegen denke ich würde gut um der ok karte ging endlich vor allem und auch gegen alter geist und co was alles rumläuft subterror darf man auch nicht so außen vor lassen wird sicherlich auch noch gespielt werden dann retailing sie ist eine handtrap die ist auch ok würde ich jetzt nicht als schlecht irgendwie sehen ist halt habe ich ja neulich in dem video auch schon mal gesagt ist halt gegen drei schon eine karte die ok ist wenn man es zum beispiel auf die nova oder so macht dann kann man diese karte spezial beschwören und dann ist das halt auch das gleiche wie so ein chaos hunter letztendlich aber das problem ist auch einfach hier es gibt auch hier bessere karten die den job da aktuell deutlich besser machen und da sie halt auch nur gegen dieses eine match up gutes und vor allem ging das match up auch nur gut ist wenn sie über die nova starten ja dann ist es halt nicht gut genug in meinen augen aber ja ist okay kann man darüber nachdenken aber nicht sonderlich krass skull master sehe ich ähnlich gut wie die die crow macht eigentlich eh nicht einen guten job nur dass man den gegner halt einfach die ressource nicht komplett wegnimmt sondern man lässt die ressource eben für einen spielzug da wo sie ist und die kann dann halt nicht mehr benutzt werden bzw ja der effekt der da aktiviert wurde der wird dann in den meisten fällen nicht noch mal aktiviert wenn die karte das jetzt nicht gerade explizit irgendwie drauf stehen hat deswegen denke ich ist skull master auch eine sehr sehr gute handschap die man da noch mal erwähnen könnte aber ja muss jeder letztendlich für sich selber entscheiden ich persönlich bin auch nicht der riesenfreund von skull master aber das könnt ihr mir gerne auch noch mal die kommentare schreiben falls irgendwie sky master ein bisschen ausführlicher noch mal getestet habt dann lasst mich das ganze gerne noch mal wissen und ja wir sind soweit durch mit der handtap tierliste wenn ich so auf die uhr schaue wir sind es bei 19 minuten mit intro müssten das wahrscheinlich 20 minuten 21 minuten sein ich glaube da sind wir ganz gut im zeitplan noch schreibt mir wie gesagt eure kompletten listen die wie ihr sie bewertet hätte gerne mal in die kommentare hört euch aber gerne immer vorher meine argumentation an weil ich habe ja die karten hier manchmal nur auf ok gesetzt aus gründen ihr euch ja gerne noch mal anhören könnt und ja in diesem sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao